Die Auszeichnung ist mir sehr wichtig. Ich freue mich da auch sehr drüber. Die ist mir auch deshalb wichtig, weil ich hoffe, dass da eine Plattform entsteht, wo andere sich dafür interessieren, für den Common Seekurs, wo ich erzählen kann. Für mich ist es im Maßgeblichen geht es mir darum, dass Schule ein pastoraler Raum ist. Dass ich dort junge Menschen, so viele junge Menschen habe ich vor mir und kann sie ansprechen. Natürlich muss ich mir überlegen, wie ich sie anspreche, welche Angebote ich ihnen mache. Aber ich würde gerne davon erzählen, von diesem pastoralen Raum. Und dann muss man sich selbst fragen, was ist mir wesentlich, was ist mir wichtig. Ich habe immer wieder schon gesagt oder jetzt vor zwei, drei Jahren auch mal zum Schuljahresbeginn im Kollegium gesagt, Hauptsache, wenn wir Schule machen, müssen wir für uns klären, warum wir es machen und was uns wichtig ist. Und da habe ich so den Satz gesagt, Hauptsache ist, dass die Hauptsache Hauptsache bleibt.